So, jetzt bin ich soweit gekommen. Die große Wand habe ich und an der Schräge habe ich auch ein Teil. Man sieht aber, dass noch einiges zu tun ist. Und meine 20 Säcke Zementmörtel habe ich komplett aufgebracht. Da sieht man mal, wenn man sich verschätzt. Ich dachte eigentlich, dass 20 Säcke insgesamt reichen. Bei einem Zentimeter bis anderthalb Zentimeter Schichtauftrag hätte es auch gereicht. Aber man braucht doch deutlich mehr. Dann habe ich nochmal 20 Säcke Zementmörtel gekauft. Wieder den vom Baum mit. Für 3,65 Kilo. Für 25 Kilo kann man nicht sagen. Und die Qualität ist wirklich auch sehr gut.